Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Sunny Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Lego Jurassic World. Wir sagen, wir liegen hier auch direkt mal los mit dem Ganzener hier. So, dann gehen wir alles ein und gehen jetzt rüber. Okay, die machen nichts. Kann ich dir behilflich sein? Noch mehr Kommissar. Oh, geht weg. Boah, kann ich mich jetzt mal... ...Ansin hier. Ah, jetzt kann er doch zum Ende gehen. Okay. Du brauchst noch einen Tipp? Kein Problem. Boah, kann ich jetzt... Okay, wie komme ich denn jetzt so hoch? Das hat er mir erklärt, aber ich... Das hat sich schon wieder vergessen. Oh, warte mal. Manche Charakter, wie zum Beispiel, können mit... ...Werfmatik sie dann unterziehen. ...Aah, die fliehen dann. Oh, die fliehen dann. Jetzt, mein... ...Ah. Okay, jetzt sind wir hier oben. So. Zack. Zack. So. Bam. Oh, sorry. Jetzt mal Brücke bauen. Zack. Die Brücke ist fertig. Ich glaube, hier kommt keiner hoch. Nö. Okay, die gehen auf den dann. So. Okay, weiter geht's. So. Hä? Kann ich nicht schlagen? Kann doch jetzt. Okay, so. Okay. So. Das ist ja ganz cool, also hier. So. 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 Das war meine Horn. Nehmen wir mal hier hoch. So. Wo sind denn wir jetzt? Ne, die ganzen Münzen sind runter gefallen. Was soll denn das? Ich schätze mal, hier muss gleich der Kleine rein. Aber ich mach dir erstmal alles weg. Was soll das denn mit? Was soll das denn? Wo? Was soll ich? Ich kann das nicht hin, oder? Ich kann das nicht hin. Ich kann das nicht hinigen. 在 der Welt entweder, ist das nicht hingegelt. So. wachs 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 so gehen wir mal hier rein so muss ja glaube ich jetzt will was finden woher auch hochkommen oder nicht ja genau hier kommt damit jetzt so ich wollte sie nicht runter kommen ja schon hat aber was wo komme ich mit dem clean hier an das will ich jetzt sehen ach hier drüben was ist denn hier drüben ja moin der schlangen ein raptor ist hier ja ok wir gehen wieder zurück moin raptor wie geht's dir und wieder raus hier aber lottica roti ist übrigens auch ein spiel so kollega ich komme nicht wieder runter hoch so ne da wollen wir nicht hin wir wollen hier hoch dann wird wir hier auch wirklich zu 100 prozent alles machen wo sind wir jetzt wir sind jetzt wirklich ja da ist ein boot direkt unten am ufer ok beschädigt hören sie was jetzt hat er liegt ein telefon das ist jetzt eine filmszene tatsächlich aber es müsste anders weil da im film ist ein zaun woher musstest du dass wir hier sind das telefon dieser blöde dschingel ich hab's gehört ich hab's nicht der schattel ist zuletzt er muss es gehabt haben als er gefressen wurde warum schläft da ein raptor ist das ein raptor das ist dieser komische dienen ich habe mir diese geräusche eric kirby haben wir gefunden level abgeschossen feier spiel freigefaulich let's go das ist doch geil wir haben es geschafft leute wir sind natürlich wahren der überleber das muss ich jetzt einmal kurz hören diese melodie wir haben hier auch vier stück glaube ich naja vier stück das ist doch geil naja hier brauchen wir jetzt hier alles mit denen ja geschichte fortsetzen a drücken überspringen so wie geht's weiter islands hoher sind wir jetzt wo müssen wir hin nach da ok so wir haben die familie jetzt zusammengefügelt gibt es irgendeinen der das hier reparieren kann weiß es nicht ja ne ich wollte gerade sagen er aber jetzt nicht ja hier muss eine frau hoch eine frau sagte ich so ah ich drehe die tür damit auf hä warte mal ich brauch doch einen der es hier reparieren kann er kann es nicht vielleicht kann der das hier ach so ich muss das hier weg machen ja er kann das doch reparieren ich wollte schon sagen hallo reparieren danke nein reparieren oder warum holt er sich denn jedes mal dieses blöde netz auf ja es geht um ok weiter geht's hallo hallo einfach weiter reingehen dann gibt es eine dino info ein ausgewachsener ap pathosaurus länger als zwei hintereinander packende schule und wiegt mehr als keine ahnung was nein nein jetzt können wir bestimmt wieder raptor aber man erschreckt sich na er so ach woher hat er das auf einmal hab doch naja ich hab sie aus einem impuls heraus mitgenommen ich dachte wir könnten damit unsere ausgrabungen finanzieren und wenn sie uns damit erwischen und wenn sie uns ohne sie erwischen da unten liegt ein boot ein stück fluss abwärts wir versuchen es bis zur küste zu schaffen ach ich erinnere mich an die zähne die sind jetzt da unten wo diese flugsaurier kommen glaube ich naja hier ist flugsaurier was ist das ein vogelkäfig nicht nicht schon wieder er ach ja die zähne kennen aber ihr fisch alter schreibt mir doch nicht so ich bin mir nämlich grad voll erschrocken alter ja hallo lass das sein ich will nicht gefressen werden ok jetzt gehts einmal hier rechts lang da muss mhm will ich auch hin so boah das was fällt da runter was runter gefallen alter weil ich so dumm bin warte mal kann der irgendwas werfen nö he kann die irgendwas werfen nö kann er irgendwas werfen nö oh hä wer hat denn hier dieses komische ding er hier glaub ich ne ah ja er hat es ok ok also die zähne sind aber ein bisschen anders gemacht als im film weil die im film sind anders was sag mal so ein dino lang geflogen so jetzt kommen die hier rüber waa waa na ich brauch nie die die frau tatsächlich brauche ich nein die frau so her danke ups da bin ich wohl runter gefallen so ok ein moment drehen wir doch einfach so 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 ah jetzt hab ich da so ein weg gebaut ok so wir machen natürlich immer alles weg nicht ich dachte gerade ich kann da was bauen aber kann ich nicht ok oh zurück au hallo ich will hier durch jetzt geht mal weg ich glaube das ding fällt jetzt auf wie ha zu groß geraten das finde ich hä was denn jetzt ok dann halt nicht ok ok so zack bam hier und bam warum falle ich jetzt mal runter alter ne jetzt nicht wieder runter fallen so dann mal hier hoch so hey ganz vorsichtig vorsichtig so was brauche ich jetzt hier schon wieder bau quote soldat und tschüss und tschüss jschg ja tschüss vögelch Moment, ich finde einen Weg für Sie. Komm. Los doch! Ähm, hier bitte bauen. So, wir sind hier oben. Weiter geht's. Da brauche ich den Kollegen hier hinten. Hallo, den Kollegen hier hinten brauche ich. Danke. Schau mal, jetzt vibriert hier alles immer mehr, Alter. Ich frage mich echt, wo der Hinde ist. Also im Film ist er irgendwo... ...ein Ding ist hinten. Die Filme gibt's ja jetzt übrigens nicht mehr auf Netflix. ...hab ich gesehen. Also die werden irgendwie rausgenommen. Aber die sind auch schon so ewig da drin, ne? Wahrscheinlich deswegen... Ich regle das! Hat das mal was? Billy, halt! Nicht Billy! Hä? Nicht springen. Aua. Hey, von hier aus kann ich fast mein Haus erkennen. Tschö. Das ist ja voll cool. Wo muss ich hin? Da. Hey, hey, hey! 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 Was zur Hölle passiert? Das ist im Film vielleicht auch so gewesen. Wenn mich nicht alles täuscht, machen wir gleich Feuer. Ja, da, Feuer. Check on. Leute, und damit wende ich auch das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auch mal am Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Willen mehr verpasst. Ab und kommen auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao, ciao.